Hallo und herzlich willkommen hier zu einem neuen Video auf dem Kanal zum Thema Iobroker. Heute gibt es mal etwas für die fortgeschrittenen User und zwar geht es darum, wie man JavaScript für den JavaScript-Adapter nicht mit dem Admin bearbeitet, sondern direkt in Visual Studio Code. Die IDE kennst du vielleicht, das ist extrem beliebt, zeige ich dir gleich nochmal im Detail. Und da gibt es eben eine Erweiterung für, mit welcher du dich dann direkt mit deinem Iobroker verbinden kannst und in deiner Entwicklungsumgebung dann direkt JavaScript für den Iobroker programmieren kannst. Wirklich praktisch, wirklich stark gemacht. Gucken wir uns gleich im Detail an. Ja, ansonsten siehst du, hier hat sich ein bisschen was geändert. Es gibt jetzt einen Tisch, der heute leer bleibt. Das heißt, in den weiteren Videos ist das das Setup, wo ich dir Produkte oder auch Lösungen oder auch Tipps und Tricks präsentieren werde. Schreib mir das gerne in die Kommentare, wie dir das Ganze hier gefällt. Ich habe in den letzten Tagen fleißig umgebaut und mein kleines Büro hier ändert sich gefühlt monatlich aktuell. Aber jetzt bin ich ganz zufrieden. Darum soll es aber gar nicht gehen. Wir springen jetzt an den Rechner. Ich zeige dir, wie du aus Visual Studio Code heraus deine JavaScripts bearbeiten kannst. Viel Spaß und jetzt ab an den Rechner. Wie eben schon kurz erwähnt, verwende ich hier gleich Visual Studio Code. Das findest du auf code.visualstudio.com. Das gibt es kostenlos als Download für alle möglichen Betriebssysteme macOS, Windows und Linux. Ich bin jetzt hier auf macOS, habe das Ganze natürlich schon heruntergeladen und installiert. Ich entwickle damit ja auch zum Beispiel meine IO Broker Adapter und dafür gibt es eben sehr, sehr viele Erweiterungen. Und eine davon, die schauen wir uns jetzt gleich als nächstes an. Erstmal starte ich jetzt Visual Studio Code. So oder so ähnlich sieht Visual Studio bei dir aus, wenn du es das erste Mal startest. Warum so ähnlich? Weil du auf der linken Seite natürlich weniger Icons haben wirst. Ich habe hier schon einige Erweiterungen installiert, wie du zum Beispiel auch in meinem Video zur IO Broker Adapter Entwicklung gesehen hast. Ja, hier auf der linken Seite findest du dann das Tab Erweiterung und genau darum geht es. Ich werde nämlich jetzt eine Erweiterung installieren, die sich dann mit meinem IO Broker verbindet und mir die Scripts, die ich dort hinterlegt habe, hier verfügbar macht. Ich suche einfach mal nach IO Broker und da finde ich eigentlich nur eine einzige Erweiterung. IO Broker JavaScript, aktuell in Version 0.13.2. Die wurde schon 793 Mal heruntergeladen und den Zähler wollen wir jetzt einfach mal mit Hilfe dieses Videos ein bisschen erhöhen. Ich klicke einfach mal auf Installieren und dann findest du hier nochmal eine kurze Anleitung, wie man das Ganze verbinden kann. Liest dir das auf jeden Fall durch, was es hier für Features gibt, wie man das Ganze verwendet, was es kann, nicht kann und so weiter. Und wenn du hier Fehler findest oder melden möchtest, dann findest du hier rechts auch einen Link zu dem Repository. Das Ganze ist vom Niklas Pfenniger. Vielen Dank dafür auf jeden Fall und wir verbinden das Ganze jetzt erstmal mit dem IO Broker. Du hast vielleicht schon gesehen, hier auf der linken Seite ist jetzt das IO Broker Logo aufgetaucht und da klicke ich einfach mal drauf. Ja und hier könnte ich mich jetzt mit meinem IO Broker verbinden, aber ich brauche erstmal ein Workspace. Ich klicke also auf diese Zettel und sage erstmal Open Folder und wähle mir jetzt hier ein leeres Verzeichnis aus, IO Broker.js. Öffne das Ganze also und jetzt kann ich wieder in meinen IO Broker gehen und mich hier verbinden. Connect to IO Broker oder ich drücke Command-Shift-P bzw. Steuerung-Shift-P unter Windows, tippe einfach mal IO Broker und sage Connect to IO Broker. Ich muss die URL angeben, 172.16.0.160 in meinem Fall, Port ist 8081 und das Ganze befindet sich direkt im Root, einwandfrei. Die IO Broker Type Definitions möchte ich auch konfigurieren, beantworte die Frage mit Ja und jetzt kann ich alle Scripts herunterladen, sage also auch Ja und im Prinzip habe ich jetzt hier schon in meinem Script Explorer alle meine Scripts, die auf diesem System hier gerade verfügbar sind. Genauso Global, genauso meine Test-Scripts, die ich immer anlege und da kann ich jetzt natürlich so ein Script einfach mal anklicken. Einfach mal dieses Script hier, klicke ich drauf und dann habe ich hier auf der rechten Seite direkt mein Script. Ja und hier kann ich jetzt natürlich direkt auch programmieren, kann das Ganze genauso mit Auto-Vervollständigung und so weiter nutzen, wie du das schon kennst, also zum Beispiel SetState oder Console.log. Also wenn du dich mit JavaScript schon mal beschäftigt hast im IO Broker, wird dir das alles sehr, sehr bekannt vorkommen. Und das ist eben ganz schön, dass ich hier das Ganze direkt in dem Visual Studio Code verwenden kann. Ich kann die Scripts natürlich auch starten, stoppen und so weiter. Das heißt, wenn ich das Script jetzt hier starten möchte, dann klicke ich da einfach drauf und dann sehe ich hier links auch, dass das Ganze jetzt läuft. Jetzt sagst du vielleicht, ja gut, aber die Debug-Meldungen, die sehe ich ja alle gerade nicht. Das geht sogar auch. Und zwar öffne ich hier oben rechts einfach das Panel, was hier unten hinkommt. Das steht jetzt auf Terminal. Hier kann ich auch ganz normal programmieren zum Beispiel. Aber ich kann hier auch auf Output wechseln und als Output-Quelle wähle ich dann hier den IO Broker. Entweder alles oder das aktuelle Script. Und dann siehst du genau das, was du auch im IO Broker siehst. Im Prinzip in genau der gleichen Ansicht sogar. Natürlich kann ich mir das links auch noch ein bisschen größer ziehen. Und wenn ich das Ganze jetzt hier pausiere als Beispiel, dann siehst du, dass das Script gestoppt wurde. Genauso würde ich Debug-Meldungen sehen mit Console.logTest als Beispiel. Wenn ich das Ganze dann speicher, dann sehe ich hier unten, dass das Script geändert wurde. Wenn ich das jetzt ausführe, dann würde wieder das alte Script ausgeführt. Das heißt, ich muss das erst hochladen mit diesem Button hier oder auch hier unten. Zack. Jetzt ist es eben hochgeladen worden. Und wenn ich es jetzt starte, dann bekomme ich hier meine Meldung. Ja, und das Coole ist eigentlich, dass ich jetzt in den Dateien hier, dass ich hier ganz normal meine Scripts auch habe. Das heißt, ich sehe die auf meiner Festplatte und könnte die sogar versionieren mit Git zum Beispiel. Das heißt, ich kann ganz einfach wieder auf alte Versionen zurück und so weiter. Ich habe hier sämtliche Features, die ich in jedem anderen Projekt auch habe. Hätte ich jetzt mehrere IO Broker Installationen, könnte ich mir natürlich mehrere Verzeichnisse auf der Festplatte anlegen und dann jeweils eine Verbindung zu einem anderen System aufnehmen. Das geht natürlich auch, weil über diese IO Broker Config.json wird hier im Projekt festgehalten, gegen welches System man sich verbindet. Das ist also nicht global, sondern hängt natürlich von dem jeweiligen Projekt ab. Ja, und hier habe ich jetzt, wie gesagt, meine ganzen Scripts und kann die hier natürlich auch bearbeiten. Die Blockly sind hier auch drin. Die würde ich über diesen Weg natürlich nicht bearbeiten. Aber so könnte ich, wie gesagt, meine Scripts auch versionieren und da Kommentare dran schreiben und die zum Beispiel in ein privates Repo dann irgendwo pushen, auf meinem Synology NAS oder so und habe damit dann automatisch auch eine Änderungshistorie und komme, wie gesagt, auf alte Versionen zurück, wenn ich mal was ausprobiert habe. Kann ich ja auch kurz zeigen. Ich gehe einfach hier links auf das Tab für die Versionsverwaltung und klicke einfach mal Initialize Repository. Ja, und dann sehe ich schon, diese ganzen Dateien sind neu dazugekommen und da kann ich ja einfach mal Init reinschreiben, dann werden die einmal committed und habe jetzt quasi ein Commit erzeugt und den Stand festgehalten. Und angenommen, ich bearbeite jetzt irgendwelche Scripts, wie zum Beispiel hier mein Test-Script von eben, das lockt jetzt nicht mehr Test, sondern Test 2 als Beispiel. Das speichere ich, dann sehe ich das einmal hier als Changed-Script, könnte das also hochladen und ich sehe auch hier in der Versionsverwaltung, dass sich das geändert hat. Und hier kann ich jetzt was hinschreiben. Super wichtige Änderung. Da beschreibst du eben, was du an dem Script geändert hast und ja, committest das. Und dann hast du jetzt eben die Änderung auch in deinem Git-Repository festgehalten. Und angenommen, du möchtest irgendwann mal auf eine alte Version zurück oder du hast einen Fehler in dem Script und du weißt, die vorige Version oder die aus dem März letzten Jahres oder was, die hat funktioniert, dann kommst du dahin zurück. Du hast also alle Vorteile von der Versionsverwaltung und kannst das Ganze mit allen möglichen Features, die dir Visual Studio Code bietet, mit allen Erweiterungen, mit Code-Formatierung, mit Syntax-Checks und so weiter, kannst du das Ganze hier entwickeln. Und das ist wirklich mächtig und das ist für mich eigentlich der bevorzugte Weg, wenn man denn kein Blockly nutzen möchte. Aber in diesem Video werden ja eh fortgeschrittene User angesprochen und wenn du deine Scripts mit JavaScript entwickelst, dann ist das hier auf jeden Fall einen Blick wert. Gerade in Kombination mit der Versionsverwaltung wird das Ganze dein Leben auf jeden Fall bereichern. Was ich dir noch empfehlen würde, ist die Extension Git Lens. Das nennt die sich. Du siehst, 14,5 Millionen Downloads ist eine ganze Menge. Kann ich also auf jeden Fall empfehlen, die zu installieren. Und dann gehe ich hier auf der rechten Seite in das Quick Setup. Das kann ich mal schließen. Hier kannst du dann einige Einstellungen auswählen. Und bei den Views kannst du dich entscheiden, wo das Ganze integriert wird. Ich nehme das Source Control Layout und du siehst, dann hat man hier unten etliche Erweiterungen. Wir sehen die einzelnen Commits, die wir gemacht haben. Hier steht schon super wichtige Änderungen. Und wenn ich die anklicke, dann sehe ich auch, was genau dort passiert ist. Kann darauf zugreifen. Sehe die Änderungen. Kann das Ganze natürlich dann auch zurückrollen. Wenn ich hier einen Rechtsklick mache, kann ich den Commit reverten. Sage also die Änderung, das ist nicht so gut gelaufen. Und ich rolle das zurück. Und jetzt ist die Änderung wieder rausgeflogen. Wenn ich jetzt also meine Datei wieder öffne, hier unter Test, Object Protection Test, dann sehe ich, hier habe ich wieder die Version von vorher. Und wenn ich die jetzt bearbeite, dann kann ich natürlich auch was hinzufügen. Console Log Test 2. Dann werden jetzt zwei Sachen gelockt. Ich speichere das wieder. Und das Ganze könnte ich jetzt hier wieder zur Verfügung stellen, hochladen und so weiter. Kann mir den Output anschauen und sehe dann hier Test und Test 2. Beschäftige dich also auf jeden Fall mit Visual Studio Code. Und wenn du das schon machst, beschäftige dich auf jeden Fall mit Git. Und das hat auch nichts mit GitHub zu tun. Im Endeffekt läuft dieses Git-Repo jetzt komplett bei mir lokal. Das liegt einfach auf meiner Festplatte. Ich brauche kein GitHub. Ich kann das auch hinpublishen, wo ich will, in ein Remote meiner Wahl, wo auch immer das liegt. Oder ich kann es auch komplett auf meiner Festplatte liegen lassen. Also Git und GitHub sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Das hat erstmal nichts miteinander zu tun. Klar, wenn ich das jetzt hier hinpublishen möchte, wenn ich das pushen möchte oder so, dann brauche ich ein Remote. Das ist wieder ein anderes Thema. Aber schau dir das Ganze auf jeden Fall an. Und in Kombination mit der I.O. Broker Extension ist das Ganze hier wirklich extrem mächtig. Ja, und damit sind wir auch schon wieder am Ende von diesem Video angelangt. Was soll ich dazu noch sagen? Wenn du dich für Visual Studio Code oder Versionsverwaltung mit Git interessierst, such die Themen einfach mal bei YouTube. Es gibt ohne Ende Kanäle, die sich mit nichts anderem beschäftigen oder auch verschiedene Blogs, die dir dann die beliebtesten Visual Studio Code-Erweiterungen dann eben auflisten. Also da gibt es Ressourcen ohne Ende, wäre jetzt hier viel am Platz. Ich hoffe trotzdem, dass du das Ganze interessant findest. Probier die Erweiterung doch einfach mal aus. Wenn du eh schon Adapterentwickler bist für den I.O. Broker, dann wird das wahrscheinlich genau das Richtige für dich sein, um eben in deiner beliebtesten IDE, in deiner gewohnten Umgebung, auch deine Scripts für den I.O. Broker zu entwickeln und dann eben direkt dahin zu pushen, zumal die meisten von euch dann sowieso Git als Versionsverwaltung einsetzen werden. Und alle anderen probieren das gerne einfach mal aus. Wenn du also aktuell noch JavaScript direkt in dem Admin programmierst, dann ist das vielleicht was für dich. Probier das einfach mal durch. Und ich bedanke mich auf jeden Fall für die Entwicklung von dieser Extension. Bei dir bedanke ich mich fürs Zusehen. Gib mir gerne einen Daumen nach oben, wenn dir das Video gefallen oder weitergeholfen hat. und werde gerne Abonnent von dem Kanal, wenn du keine weiteren Videos verpassen möchtest. Dann sehen wir uns auch schon im nächsten Video wieder. Mal gucken, welches Thema wir dann angehen. Vielleicht nicht eine ganz so extreme Nische. Bis dahin wünsche ich dir alles Gute und viel Spaß mit der Erweiterung für Visual Studio Code. Bis dann. Ciao.